Herzlich Willkommen zurück zu Pore Patrol Grand Prix. Weiter geht's mit dem nächsten Durchgang. Weiter! Rennen! Abenteuer! Ja! Du fährst mit dem Hund, den du für das ganze Abenteuer ausgewählt hast, ein Rennen, bis es beendet oder aufgegeben wird. Sky! Sky ist unsere nächste Kandidatin. Sky hebt mit großem Antrieb ab. Nichts auf der Strecke kann sie aufhalten. Eine gute Wahl. Passe deine Spielfigur an. Ja komm, machen wir mal im ersten Durchgang so. Fangen wir ausnahmsweise doch mal mit Rosen an. Skins haben wir. Die zwei. Ja, da würde ich sagen, lassen wir da erstmal Standard. Und zu Sky passt ja eigentlich auch das Blumen-Nitro. Das haben wir ja letztes Mal neu freigeschalten. Wähle eine Strecke. Schließe das Rennen auf Starte das Rennen. Wie gesagt, bei der Story verweise ich euch nach wie vor auf den Rider-Durchgang, weil da haben wir die Story komplett gelesen. Bei den anderen Charakteren geht es mir nach wie vor nur weiterhin ums Gameplay. Drei, zwei, eins, los! Ist das klar? Ihr wisst was zu tun ist, Chaos-Kätzchen. Hier kommt Sky! Drei, zwei, zwei... Hier Native Нов Хотяier HU' G學en dari Uima Drei, zwei,000 Im Spiel lumpen Gleap Gleap E-Pu S scanning Gleap 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 Ab! Nimm das auf die Träume! Oh nein! Wir von Sky! Noch zwei Runden! Wir von Sky! Wuhuuu! Das macht Spaß! Okay, Sky hebt wirklich mit ihrem Propeller ab. Wuhuuu! Es macht Spaß! Achtung! Ich hebe jetzt ab! Ich hebe jetzt ab! Wir haben nichts zu tun, das Chaos-Kätzchen! Hier kommt Sky! Nimm das auf die Träume! Hier kommt! Hier kommt! Du heiner Runden! Hier kommt Sky! Wuhuuu! Es kommt Spaß! Hier kommt Sky! Verflickst doch mal! Achtung! Achtung! Wir werden ja sehen, wer der Beste ist, Stuttgart- Yippie! Klipp hoch! So toll, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich diesen Blumen-Nitro auch nicht. Also Nitro-mäßig, muss ich sagen, gefallen mir die Blubberblasen unter Standard nach wie vor am besten. Und eine neue Mütze freigeschalten. Okay, eine Clowns-Mütze. Toll gemacht! Du hast das... Sieb... Völlfreude! Drei, zwei, eins... Los! Ich bin der Flughun! Klipp hoch! Achtung! Klipp hoch! Achtung! Hier kommt Sky! He-he-he! Gets up! Yippie! Hahaha! He-he! Gets up! Achtung! Achtung! Wuhu! Es macht Spaß! Noch zwei Runden! Flieg hoch! Getsch! 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 Hier kommt Skye! Ich hebe jetzt ab! Hier kommt Skye! Achtung! Achtung! Hier kommt Skye! Nur eine Runde! Achtung! Ich hebe jetzt ab! Hier kommt Skye! Ich hebe jetzt ab! Ich hebe jetzt ab! Lieb hoch! Ich hebe jetzt ab! 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 Hier kommt Skulls! Achtung! Achtung! Noch zwei Runden! Juhu! Das macht Spaß! Achtung! Konfetti! Uncool! Okay, dieses Heu-Ding, diesen Heu-Würfel habe ich jetzt Tatsache durch das Konfetti ausnahmsweise mal nicht gesehen. Normalerweise sage ich immer, das Konfetti ist nicht schlimm. Man sieht da noch genug durch, tut man ja im Grunde genommen auch. Aber diesen Heu-Würfel habe ich dann ausnahmsweise mal nicht gesehen. Konfetti! Juhu! Das macht Spaß! Klipant! Donnerstag! Oh mein, der Hund! Ach Gott! Klipant! Das macht Spaß! Hier kommt Skye! Yippie! Ich hebe jetzt ab! Ich hebe jetzt ab! Skye gewinnt! Toll gemacht! Ein! Gut! Tanz! Ich bleib dabei, Henrietta ist immer noch das coolste hier im Spiel. Eins, los! Ich bin Stadtflach! Ich hebe jetzt ab! Hier kommt Skye! Ich hebe jetzt ab! Jettiii! Achtung! Noch zwei Runden! Wuuu! Es macht Spaß! Wuuu! Es macht Spaß! Achtung! Wuuu! Wuuu! Es macht Spaß! Hier kommt Sky! Hier kommt Sky! Nein, Sky kommt... Sky kommt für mich am Wochenende wieder. Wegen Formel 1. Aber das ist eine andere Sky, das wird anders beschrieben. Wuuu! Es macht Spaß! Ich hebe jetzt ab! Ich hebe jetzt ab! Ich hebe jetzt ab! Flieg hoch! Das war pfotenstark! Ich hebe jetzt ab! Toll gemacht! Du hast... Oh! Ersch... Drei... Zwei, eins, los! Ist das klar? Achtung! Ich hebe jetzt ab! Achtung! Ich hebe jetzt ab! Nimm das, Barbetreu! Klikon! Yippie! Hahaha! Hier kommt Sky! Klikon! Hier kommt Sky! Ich hebe jetzt ab! Nimm das, Barbetreu! Ich hebe jetzt ab! Hier kommt Sky! Huuu! Das macht Spaß! Hier kommt Sky! Beste Gäste, Bürgermeister mit dem Tag! Achtung! Uncool! Ja, geil! Konfetti! Voll uncool! Also ich mag Konfetti! Ich weiß nicht warum Sky das uncool findet! Also ich mag das! Aber gut, ist auch bald wieder Karnevalzeit! 15 Jahre Zeit! Und da muss man Konfetti einfach mögen! Verkleidung, Konfetti! Muss man einfach mögen! Sky gewinnt! Und wie ein neun Skin! Sieht aus wie Marshall-Skin, ne? Ist die Flamme abgebildet! Den Gold-Skin von Marshall freigeschalten! Vom Feuerwehrhund! Toll gemacht! Ich bin... Ja, schauen wir mal! Die Skins, die ich für vergangene Charaktere freischalte! Also für Charaktere, die wir im Let's Play schon gespielt haben! Schauen wir mal! Also zeigen werde ich euch die vielleicht schon! Spätestens bei der Leckerli-Arena oder bei dem Bellingburg-Abenteuer! Da kann ich ja nochmal auf die einzelnen Freischaltungen nochmal drauf eingehen! Drei, zwei, eins... Los! Ich bin startklar! Hier kommt Sky! Yippie! Ich hebe jetzt ab! Was zu tun, из Charakterelau التي... Was zu tun? Was zu tun? Ich hebe jetzt ab! Hier kommt Sky! Et danne Got Plug уже riesmг! Dann sind wir ja Convention! Wege jetzt ab! Hier kommt Sky! Ich hebe jetzt ab! Betracht getting old request Service! Hier kommt Sky! Ich cube high-g non-gun-gun Wir werden ja sehen, wer der Beste ist, Bürgermeisterin Gutherz. Noch zwei Runden. Und für den einen oder anderen, der sich wundert, ja, der Maulwurf kann, wenn er Lust hat und wenn er will, der Maulwurf kann auch ruhiger sein wie gewohnt. Was aber auch ein bisschen daran liegt, dass ich, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen Halsschmerzen habe heute in der Aufnahmezeichen beim Aufnehmen. Ich wollte aber trotzdem ganz gerne hier den nächsten Durchgang starten. Ich habe auch gerade einen Halsbonbon im Mund und damit man das nicht ganz irgendwie hört beim Reden, denke ich mir so. Also, mal eine etwas ruhigere Folge, mal ein bisschen ruhiger angehen, schaden kann es auch nicht. Der ein oder andere von euch freut sich, wenn der Maulwurf auch mal nicht ganz so viel Spaß macht. Zumal ich immer mehr vermehrt das Feedback kriege, dass mein Headset momentan kratzt, dass mein Headset aus Polen kommt und so weiter. Also, irgendwas an den Aussagen muss ja dran sein, weil sich das momentan ein bisschen häuft und ein bisschen öfter der Fall ist. Also, ich muss da dringend mal gucken, woran das liegt. Weil am Headset selber glaube ich nicht, dass es liegt. Also, mein Headset ist nicht kaputt. Das hat irgendein vielleicht durch ein 5-Update. Irgendein Update hat meine Einstellungen verschossen. Und ich glaube, ich muss mal in den Einstellungen irgendwie das Mikro nochmal abmischen, nochmal nachgucken am Headset. Irgendwas stimmt da nicht ganz. Ich kann aber euch leider nicht genau sagen, woran es genau liegt, das weiß ich ja leider nicht. Ich bin halt auch kein Fachmann, kein Techniker. Deswegen tut mir leid, wenn meine Mikro-Qualität in letzter Zeit sehr zu wünschen übrig lässt. Tut mir leid, mehr will ich mich dafür. Aktuell entschuldigen kann ich leider nicht. Aber ich möchte trotzdem gerne weiter Videos für euch machen. Ich hoffe, das ist okay. Ich hoffe, das ist okay. 3, 2, 1, los! Ich bin startklar. Ich hebe jetzt ab. Es macht Spaß. Yippie! Und cool. Was war das denn? Jetzt haben die mich aber ganz schön aus dem Leben geschallert. Die Kollegen, die Runde-Kollegen hier. Ich glaube, das war's. Ich bin startklar. Und cool. Ich bin startklar. Das glaubt ihr ja wohl selber nicht. Ja, dann heben wir mal ab. Abgehobener Hund hier. Nur eine Hunde. Achtung! Beziehungsweise in dem Falle abgehobene Hündin. Yippie! Yippie! Hier kommt Sky! Yippie! Hahaha! Klik hoch! Aber ich hab doch gesagt Sky und ich rocken das. Klik hoch! Hahaha! Toll gemacht! Bereit? Au! Drei, zwei, eins, los! Ich flieg eine Runde! Ich hebe jetzt ab! Flieg hoch! Ich hebe jetzt ab! Wuhuuu! Das macht Spaß! Ja, fahren wir wieder in unsere eigenen Tools. Wow! Das war wieder so super klug. Fantastisch! Ja Rocky, das war schön geworfen. Muss ich dir lassen. Habt ihr gut gemacht. Yippie! Hahaha! Achtung! Wuhuuu! Das macht Spaß! Noch zwei Runden! Achtung! 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 Klik hoch! Wuhuuu! Es macht Spaß! Ich hebe jetzt ab! uns geht's ab! Achtung! Noch eine Runde! Wuhu! Das macht Spaß! Achtung! Klicke! 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 Achtung! Hier kommt Sky! Klicke! Ich hebe jetzt ab! Sky gewinnt! Toll gemacht! Du hast das nächste Rennen freigeschaltet! Nächstes Rennen! Ja und damit würde ich sagen, für den Sky Durchgang Teil 1 gehen wir erstmal zurück ins Hauptmenü. Wenn es euch gefallen hat, dann wie immer ganz gerne liken, kommentieren. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, natürlich auch sehr gerne abonnieren. Ja ihr wisst, das hilft mir und dem Kanal sehr weiter. Schaut natürlich auch sehr sehr gerne in die Videobeschreibung rein. Hier unsere drei Partner würden sich auch sehr freuen, wenn ihr ein bisschen Liebe da lasst. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns dann im Sky Durchgang Teil 2 mit ein paar Änderungen vom Kart bzw. in dem Fall der Helikopter wieder. Und dann sage ich erstmal bis zum Sky Durchgang Teil Nummer 2. Peace over and out! Bleibt gesund! Macht das Beste draus! Euer Maulwurf! Ciao Ciao! Bist du sicher? Rennen! Bis zum nächsten Mal.